Die Jagd nach Perfektion Eigentlich wollte ich heute einen Vlog aufnehmen, um Menschen zu unterhalten. Ich liebe es, auf Social Media Plattformen zu versuchen, mich selbst in meinem Humor in Form von Videos hochzuladen. Wenn ich aber eine Sache die letzten zwei Jahre gelernt habe, dann, dass nichts auf Krampf funktioniert und ein Mensch nicht auf Knopfdruck performen kann. Dadurch habe ich diese Sache sehr stark auf meine Reels und meine Instagram Posts übertragen. Ich habe einfach versucht, authentisch Videos zu machen und dadurch habe ich Millionen Menschen erreicht, 30.000 Follower geknackt und Leute, die mir schreiben, ich liebe deine Reels oder du bist ein Vorbild für mich. Freunde von mir schicken mir deshalb also ihre Videos und Bilder zu und fragen mich in der Rat, ob man sowas hochladen kann. Woher soll ich das wissen? Sie haben Angst, dass diese Videos nicht perfekt sind und nicht dem Standard für Instagram entsprechen. Aber über welchen Standard reden wir eigentlich? Den Standard, dass ich nur das beste Training hochlade. Den Standard, dass ich meine Form nur aufgepumpt in gutem Licht zeige. Den Instagram Standard, wo sich junge Frauen mit Idealen vergleichen, die von einer Million gemachten Fotos nur das Beste hochladen, wo man sie im echten Leben nicht erkennen würde. Den Instagram Standard, wo Influencer ein Lächeln aufziehen, obwohl sie vielleicht unter dem Leistungsdruck ersticken. Den Instagram Standard, wo Menschen ihre schönen Urlaube zeigen, obwohl sie unglücklich sind. Den Instagram Standard, wo ich ein glückliches Paar sehe, obwohl sie die letzten zwei Wochen nur gestritten haben. Das große Problem ist, dass wir nun diese zwei Sachen nicht mehr auseinanderhalten können. Wenn wir Sachen sehen, sind sie für uns automatisch echt. Da wir nur diese Realität kennen, also versuchen wir, dieser nachzueifern. Aber wir werden sie niemals erreichen, da sie nicht echt ist und somit nicht existiert. Also jagen wir einer Nicht-Existenz hinterher, die uns auf lange Sicht immer und jedes Mal frustrieren wird, da wir niemals so gut sein werden, wie unsere Scheinwelt, die wir uns in unserem Kopf zusammen gereimt haben. Dadurch werden wir auf Dauer unfassbar unglücklich sein. Wie man dieser Scheinwelt entgegenwirken kann, weiß ich nicht genau. Ich versuche aber nicht perfekt zu sein. Mir geht es auch manchmal schlecht. Ich habe auch nicht immer meine beste Form. Ich mache nicht mehr eine Million Bilder. Ich mache eins. Und das ist gut. Weil ich auf diesem Foto bin. Ich lächle nicht mehr nur in die Kamera. Wenn ich weinen muss, muss ich weinen. Und das ist gut so. Das beste Beispiel dafür, dass Menschen das auch wollen, war für mich, als ich weinend im Urlaub saß, das hochgeladen habe und mich der Zuspruch von Respekt von Menschen regelrecht erschlagen hat. Das hat mir wieder gezeigt, dass Menschen diese Perfektion eigentlich gar nicht wollen. Das Schlimmste ist, wenn sie sich dadurch selber belügen. Menschen haben Angst davon, nicht perfekt zu sein. Aber ich glaube, sobald du versuchst, perfekt zu sein, bist du nicht mehr echt.